Jo, hallo, hier ist wieder ZiegelsteinN20 und heute geht es um das Thema Bluetooth-Lautsprecher. Ich habe mir auch schon ein bestimmtes Gerät gekauft. Dies werde ich euch jetzt in einem kurzen Video vorstellen. Das ist also wie versprochen dieser Bluetooth-Lautsprecher, ein Ultimate Ears Mini-Boom, der letztlich von Logitech kommt. Der Lautsprecher hat einen Lithium-Ionen-Akku, der bis zu 10 Stunden aushalten kann. Man kann Audio-Wiedergabe machen oder ihn als Freisprechanlage benutzen. Der benutzt dann ein Bluetooth-Freisprechprofil HFP1.5. Und die Audio-Wiedergabe läuft via Bluetooth A2DP oder man kann ihn auch via 3,5mm Klinkenkabelmusik hören. Außerdem ist er NFC-fähig und hat, wenn man ihn per Bluetooth benutzt, eine Reichweite von 15 Metern. Und zum Größenvergleich habe ich mal meinen iPod 5 davor gelegt und dann sieht man, der ist nicht ganz so groß. Jetzt zeige ich euch die Bedienungselemente und Anschlüsse. Ganz links ist der Leiser-Knopf. In der Mitte ist ein Bluetooth-Knopf, der auch gleichzeitig Anrufe beenden kann. Und rechts ist der Lauter-Knopf. Ansonsten hier vorne hat man noch einmal eine LED, aber die zeige ich euch gleich nochmal. Auf der Rückseite ist ein Schlitz, da kommt der Bass raus und das ist gar nicht mal so wenig. Hier ist der An- und Ausschalt-Knopf. Daneben ist nochmal eine LED, die zeigt an, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist. Das schaltet sich aber nach 15 Minuten aus wegen dem Stromsparmodus. Daneben ist der Ladeanschluss, Micro-USB, der wird mitgeliefert. Und ganz rechts ist der 3,5mm Klinkenanschlusskabel, falls man nicht über Bluetooth einschalten will. Also und wenn man dann hier einschaltet, dann kommt ein kurzer Ton und hier ist die LED und hier vorne blinkt auch nochmal eine Bluetooth-LED. Die fängt dann das komplettes Leuchten an, wenn erfolgreich verbunden wurde. Jetzt stelle ich euch noch kurz die App vor, die, wenn man beim ersten Pairing kommt mit dem Lautsprecher, kommt eine Nachricht, dass man die App runterladen kann. Man kann auch einfach im App Store oder im Play Store, also für iOS oder Android, die einfach runterladen. Wenn man dann den Lautsprecher verbunden hat, erkennt er automatisch, welche Farbe der Lautsprecher hat. Und dann kann man hier einstellen, entweder zwei Geräte, man kann auch Einstellungen machen, da kann man die Akustik ändern für leise oder laut. Oder man kann hier nochmal die komplette, bei Lernen hier, die komplette Bedienungsanleitung nochmal lesen. Jetzt sage ich noch etwas kurzes zum Klang. Man kann noch zwei von diesen Lautsprechern zusammenpairen, um einen Stereo-Sound zu bekommen. Habe ich noch nicht probiert, weil ich habe nur den einen. Aber ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Für seine 100 Euro ist es auf jeden Fall den Preis wert. Man muss halt leider, man kann die Lautstärke nicht ziemlich weit runter machen. Das heißt, wenn man leise Musik hören will, muss man natürlich erst die App aufmachen und dort auf Intim umstellen. Aber das ist möglich. Ansonsten, Klang finde ich sehr gut. Leider ist er ein bisschen basslastig. Wenn er zum Beispiel auf dem Schreibtisch steht und man sitzt gerade am PC, dann ist der Bass schon ein bisschen zu stark. Aber da kann jeder seine eigene Meinung drüber bilden. Das ist jetzt auch noch der Lieferumfang, natürlich der Lautsprecher. Hier eine kleine Bedienungsanleitung, die kann man aber auch in der App nochmal lesen. Und es ist hier noch ein kleines Aufladekabel dabei. Micro USB Und das war es jetzt meiner Vorstellung. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen, das Video und auch der Lautsprecher. Und wenn ihr auch einen habt, schreibt doch mal in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.